Hallo, ich bin's Björn. Heute geht's wieder um den Server HP DL380 und zwar installieren wir heute Ubuntu. HP gibt ja offiziell Ubuntu Linux für die DL-Server-Reihe frei und das gilt auch für DL380 in der neuesten Generation, also Generation 9. Und bei Ubuntu, also bei Canonical, kann man Ähnliches lesen. Die haben den Server auch getestet und freigegeben. Von dort beschaffen wir uns also erstmal das neueste Image vom Betriebssystem. Für die Installation musst du gar nicht zum Server rennen, sondern das wickeln wir komplett über die Remote-Konsole ab. Denn die hat ein ganz cooles Feature, nämlich Virtual Drive, also virtuelles Laufwerk. Das heißt, du kannst das zuvor runtergeladene Image von Ubuntu nehmen und als virtuelles CD-Laufwerk oder mit dem Server verbinden. Und beim Neustart des Servers, das läuft hier übrigens gerade, also der wird gerade neu gestartet, erkennt der Server dann dieses Image als CD und bootet davon. Ja, jetzt müsste eigentlich gleich der Installer erscheinen. Da ist er. Ich werde jetzt den Installer einfach durchklicken und Sachen so weit wie möglich abkürzen. Die meisten Angaben werden sich bei dir natürlich auch unterscheiden. Vielleicht nicht die Lokalisierung, aber Benutzernamen und so weiter. Vorweg, es gibt eine wichtige Einstellung zur Formatierung. Und da solltest du genau drauf aufpassen, denn wenn du die falsch auswählst, diese Option, dann startet das System nicht. Dazu kommen wir aber später noch. Hier führe ich noch schnell eine Tastaturerkennung durch. Tastatur ist eingerichtet, Land ist auch eingestellt. Was jetzt passiert, der Installer lädt ein paar Dateien von einer CD nach. Da spule ich wieder ein bisschen vor. Als primäre Netzwerkschnittstelle wähle ich den ersten Eintrag aus, also E01, denn genau da ist der Server auch mit dem Netzwerk verbunden. Also jetzt ist er verbunden. Dann wird der Rechnername festgelegt und der Benutzer. Mein Benutzerordner, den möchte ich nicht verschlüsseln. Und ich bestätige mal eben die Zeitzone. Okay, nun ist die Festplatte dran. Wir verwenden das zuvor eingerichtete RAID-System. Dazu gibt es auch ein Video. Und zwar die ganze Platte in Kombination mit einem LVM. So, was kommen jetzt noch für Fragen? Logische Volume-Daten entfernen. Ja, möchte ich. Änderungen auf die... Ja, möchte ich auch schreiben. Die gesamte Kapazität möchte ich auch verwenden. Ja, okay. Und jetzt kommt eine wichtige Frage. Da ist sie! Vorsicht! Aufpassen! Hier steht... Mal gucken, Moment mal, was steht da? Ah ja. UEFI Installation erzwingen. Ja, das solltest du unbedingt machen. Machst du das nicht? Bootet die Kiste... Ähm... Bootet die Kiste nämlich nicht. Möchte ich die Änderungen auf die Festplatte schreiben? Ja, unbedingt. Als nächstes werde ich gefragt, wie ich zu automatischen Updates stehe. Die möchte ich lieber abschalten. Aber ich installiere bei der Paketauswahl noch ein wichtiges Paket hinzu, nämlich den OpenSSH-Server, um mich überhaupt per Terminal anmelden zu können. Halte ich fest, wir haben es fast geschafft. Das Einzige, was jetzt noch fehlt, vor dem Neustart müssen wir einmal die CD auswerfen. Und das kannst du auch in der Remote-Konsole wieder über das Menü Virtual Drives erledigen. Einfach den Haken wegnehmen bei diesem Image-File und... Genau, weg ist er. Und der Drops ist gelutscht. Und jetzt sollte eigentlich der Server neu starten. Genau, die Boot-Meldung habe ich ein bisschen gekürzt. Ubuntu startet automatisch. Und das, was du jetzt... Nee, das, was du jetzt siehst, genau, das ist der Boot-Log von Ubuntu. Wenn alles gut geht, davon gehe ich fast von aus, weil ich habe das Video ja schon gedreht, sollten wir jetzt eine Konsole sehen. Yay! Okay, eine wichtige Sache müssen wir aber noch machen, und zwar das Netzwerk einrichten, nämlich dem Interface eine statische IP-Adresse verpassen. Ich melde mich jetzt über die Remote-Konsole wieder an und gebe mal die IP-Adresse aus. Mit dem Befehl if-config. E-no-1 war das Interface. Und dann sehe ich schon, das ist nicht die IP, die ich mir gewünscht habe, sondern eine vom DHCP-Server. Um die zu ändern, editiere ich die Datei Etsy-Network-Interfaces. Ich nehme dazu Wim. Du kannst einen anderen Editor nehmen. Und dann gehe ich einfach unten rein, in den Bereich, den ich ändern möchte, und bin damit fertig. Nachdem ich das gespeichert habe, starte ich den Server einmal kurz durch. Damit teste ich, ob meine Einstellungen wirklich einen Neustart überleben. Wenn dir das mit der Netzwerkänderung zu schnell ging, drück doch einfach auf Pause. Ansonsten sind diese Änderungen aber relativ selbsterklärend, beziehungsweise die Parameter, die man da einträgt. Alles weitere dazu findest du übrigens im offiziellen Ubuntu-Server-Leitfaden. Und zwar im Bereich Netzwerke, Netzwerkkonfiguration und dann hier im Unterabschnitt IP-Adressierung. Das ist eigentlich alles, was du wissen musst, um die Netzwerken zu Interfaces zu konfigurieren. Der Server ist mittlerweile neu gestartet, also Zeit für einen kleinen Test. Ich melde mich wieder über die Remote-Konsole an und gebe jetzt mal die IP-Adress vom ersten Interface aus. Ah, das passt. Wunderbar. Ja, und ich mache noch einen kleinen Ping-Test nach draußen. Das sollte eigentlich auch funktionieren. Ja, okay. Das, was ich eben installiert habe, war ja ein OpenSSH-Server. Und den möchte ich auch testen, weil das ein wichtiger Zugriff ist. Das heißt, ich öffne hier ein Terminal und melde mich per Secure Shell am Server an. Also von außen. Und das hat hier auch geklappt. Damit ist die Einrichtung, die Ersteinrichtung durch. Danke fürs Zuschauen, mach's gut und tschüss. Aber ich weiß, dass die Ersteinrichtung durch. Da ist es ein bisschen zu tun.